Hallo und willkommen zurück zu Diablo 3, uhuhu, geht direkt weiter. Aha, ich bin erster Kacknups. Decker. Das hat man auch schon gesehen, mit der Dämonenjägerin. Oh ja, das weiß ich auch noch. Alter, dein Schubelkinds-Sterne, ne? Alter. Weißt du, dass du das vorher nicht genug rumgespammt hast, spammst du damit auf? Weißt du, ich bin aufrund zu spammen und komplett damit das Spammen. Das ist so. Ja, okay, schon da. Oh, ey, guck mal was da unten angerannt kommt. Ach, der ist noch harmlos. Das ist ein normaler. Eben. Ich heil mal, ne? Bin mal so nett. Ja, das ist nicht schlecht. Tschut, 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 tschut. Bong. Das muss doch weh tun. Das tut doch weh. die der Wettel der habe ich doch tolles Begrüßt Ruhe Trocken morgen ach ich hänge an der Ecke ab Buch Buch Oh, ich bin überzeugt, dass eine übelwollende Macht sich bemüht, mir die Kontrolle über meine Gedanken zu entreißen. Die Stimmen befehlen mir entsetzliche Handlungen. Manchmal scheine ich die Gewalt über meinen Körper zu verlieren. Lazarus weiß Bescheid, so viel ist klar. Er blickt mich auf seltsame Art an, wenn er mich abgelenkt wählt. Ja, ach so. Ich dachte, du wärst ja da deswegen, weil du gerannt bist. Sorry, tut mir leid. Wo ist denn, du Vater? Ja, da hinten ist Emil. Der hält trotzdem noch ein Stück weiter hin. Und ich werde angerufen, meine Fresse nochmal. Und wem das denn? Keine Ahnung. Nee, kann man auch zuhause. Ich bin nicht zuhause. Ich muss Diablo zacken, Mann. Ach, da hinten sind auch noch Räume, ne? Alter, wo rennst du hin? Wo rennt die hin? Ja, ich weiß nicht, was... Was macht die für einen Scheiß? Der deckt plötzlich auf. Was, die wollen direkt geradeaus? Wie wollen denn nicht alles gucken, oder was? Alter, weißt du überhaupt, wo wir hin müssen? In dem Spiel läuft man nicht immer geradeaus zum Ziel. Ja, ist aber auch rechts, links. Ist so ein Kreis wahrscheinlich. Da, da, da. Folterfass. Was ist ein Folterfass? Alter. Was? Oh, ganz köln. Ganz viele. Ganz viele. Soll die so viele aus, Mann? Weil du kein Damage machst. Liegt an der Attacke. Weil doch die Feuerte das Ding sind, ey. Oh Mann, jetzt haben wir den Fight verpasst, wegen dir, ey. Durch Kackbohnen. Was für ein Fight? Oh! Oh! Was? Habt ihr es gut gesehen? Was? Ja. Ja, da wurde einer gefällt, zerfetzt hier. Das kann ich nicht. Ich bin drauf geschlagen. Alter, er war schon tot. Das ist doch Uncut. Oh, ich muss pinkeln. Ja, nur drei. Ohne Witz, du weißt, wie man einen Moment kaputt macht. Im Ernst. Ich kann mir jetzt so richtig vorstellen, wie sich deine Freunde fühlen. Verlobten, ja. Klar. Ich geh mal kurz kacken. Alter, sowas sag ich nie zu ihr. Ich sag, wirst du, ich komm gleich später. Ah ja. Wenn ihr Weiber wärt, würde ich euch sagen, ich muss mal pinkeln oder sonst was. Ah ja. Auch hier, wo ich mich erinnere, Tim ist ja einer. Baaah! Ich gar nicht brutal. Oh, komm mal. Baby. Verkoppelte Dämonenbabys. Inferno-Zombie. Ich hab mich riesig auf Schwierigkeiten. Es kommen immer drei Lach raus. Gold, 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 gold. Gold, gold, gold. Gold, gold, gold. Oh, cool. Wer möchte hängen? Ich geb ne Runde auf. Ja, hier, bitte. Bitte mich zuerst. Auch wenn meine Berater mich bitten, die Entscheidung rückgängig zu machen. Ah, toll. Ich werde die Hinrichtungen der Verschwörer durchführen. Vielleicht sorgen sie sich bereits, dass ich als nächstes sie ins Auge fasse und ihre ruchlosen, verräterischen Pläne aufwecken werde. Nur Lazarus kann mich noch trauen. Oh, ja. Ich hab schon gemerkt, wir laufen beide gleich komisch. Echt? Ja, das ist irgendwie slow-mo. Ich weiß nicht, die Objekte, die man kaputt machen kann. Oh! 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 Oh, ich stehe da. Mann, du sollst dir den scheiß Kessel zurück. Kack. Mop. Bleib mal einer bitte drunter stehen. Ja, war ich. Ah! Das spickst du voll weg. Du stirbst nicht. Ach, schade. Leider. Nein, nein, nein. Nein! Guck. Ich dachte, ich würde es mal schaffen. Du bist auch der Einzige, der ihnen das passiert ist. Ey, Simon auch. Hör doch mal zu, Mann. Es wäre lustig, dass man im letzten Moment in Schwierigkeit gerade sofort steht, wenn man da reinrennt. Echt? Cool. Ich weiß es nicht. Es wäre lustig. Ich denke es aber. Im Hardcore muss ich sagen, aber nee. Ich habe es noch nicht gespielt, soweit ich weiß. Ja, es ist noch nicht so weit. Ja, dauert noch ein bisschen, ne? Wie weit ist eigentlich dein Bruder? Wie weit ist denn eigentlich dein Bruder? Äh, der ist Akt 3. Ja, okay. Erstig, ey. Oh, ja. Ganz viele Köpfe. Ich meine, hey, ich verstecke auch nur mein Geld unter Leichenteilen, also, ne? Ja, ich auch. Ja, es hat auch keinen Sinn, dass Monster da die ganze Zeit Geld mittragen. Typ, was sollen die denn leben, Mann? Das kannst du dir doch nicht antun, du? Oder Boss-Monster-Rüstungen droppen, die 10 mal zu klein sind für die. Ja, doch, es werden waschen eingelaufen. Ja. Es war über 80 Grad heiß. Ich habe endlich den dunklen Einfluss abgeschüttelt, der mich überwältigen wollte. Und sehe die Dinge nun vollständig klar. Diese Verschwörung der anmaßenden Dorfbewohner, die mich durch Albrechts Entführung schwächen wollten, wird es ganz schwätzen haben. Vielleicht werden sie vernünftig, wenn sie die Köpfe ihrer Frauen und Kinder auf Spießen sehen. Alter, der ist total krank, Mann. Ja, das ist wegen, ich darf es nicht sagen. Ich weiß, ich kenne die Vorgeschichte davon. Ich weiß, was mit dem ist. Also. Aber trotzdem ist es krank. Ja. Ich will es halt nicht sagen. Oh, wir spoilern. Doch, wir spoilern jetzt das ganze Spiel. Die guten gewinnen. Okay, der Endpost ist Diablo. Das hättet ihr nicht erwartet. Nee. Ich auf jeden Fall. Ich wusste es gerade. Warten, warte. Ich will sehen, wie Robin brennt. Langweilig. Alter, das macht frisch. Ähm. Ja. Mach Scheiß drauf. Dunkle Beserken. Delebot, Delebot. Und Kirche. Und noch mal Kirche. Ich brauche mehr Mana. Der macht die ganze Zeit immer diese Erdhügel da. Ja, ja, ja. Es gibt verlaufenen Sack. Boah, alter, wie der zerfetzt, ne, durch den Schlag. Ich würde gerne eine Kathedrale runterschmeißen, aber ich... Okay, warte mal kurz. Wartet mal kurz. Ich muss mich mal ganz kurz ausrüsten. Hm, ja, ich gucke mal auch kurz, was ich noch habe. Oh, äh, Robin. Ja. Guck mal, ob das was für dich ist. Wenn du es nicht brauchst, gibt es wieder... Guck mal, ich habe bald eine Ampel. Rot und Grün. Brauche ich nicht. Hat noch jemand was Gelbes? Wer braucht einen magischen Ring, der vier Leben pro Gegner wieder zu tun kann? Ja, ich habe, ich habe einen Ring mit Erfahrung. Ja, du kannst zwei Ringe tragen, ne? Ja, ich habe zwei Ringe. Ich habe mit dem anderen Stärke. Ich brauche mehr Leichen. Glaub dir meine Beschwerden könnten einfach einen Dämon aus dem Ärmel schütteln, wenn ihnen danach ist. Wir brauchen Blut. Meine Gefängnis ist Blut. Das ist wichtig. Geil und Menschenfleisch, um unsere Magie zu verschenken. Aber das mit Erfahrung ist teilweise schon ein bisschen mehr Mikro. Irgendwie. Hm? Ja, weil geiler, wenn alle gleichzeitig das Level abhaben. Wir haben wie beide einen Hardcore-Modus. Ja. Aber das wird auch noch irgendwann variieren. Das ist einfach so, wenn man... Wie stimmt der Ausrichtung hat? Ja. Ja, voll versteckt, Mann. Kack. Lappen, Alter. Äh, äh... Kann ich mal kurz rückporten? Äh, wo geht's weiter? Hier durch, oder? Äh, wir müssen nach oben. Ach, ich weiß, wo... Äh... Andere Richtung. Oh. 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 Der Robbe läuft bei mir wieder rein. Hoppala. Freut ich nicht. Wolltest du wohl... Wollt mal kurz. Dieses Folter, Ding. Alter. Oh, ich wollte's kaputt machen. Ich hab's zuerst kaputt gemacht. Was? Wie seid ihr da? Hahaha. Seh ich den nur langen Loch meinte. Hä, was? Warum war mir so klar, dass die Frage kommt? Ja, Mann. Ich kann ja nicht mal warten, ihr Idioten. Na ja, ohnehin. Was hast denn du wieder gemacht? Ja, kurz wegen Ausrüstung. Schon wieder? Ach, schon wieder. Kann ich ja nix dafür, dass du so'n... Ich hab halt gute Items. Da brauch ich nicht mehr wieder ausrüsten. Dunkler Heldenbrot. Sieht komisch an. Was ist das für ein Fehlzeit-Zinn? Oh, Zorn der Würger. Nein. Die würgen gern. Nein. Äh, das ist mein Name. Da hab ich überhaupt keinen Sinn hab. Das sind immer die Deutschen, die sind immer so episch. Das ist aber auch in den Englischen so. Oh, what the ffff. Alter. Lol. Da unten ist doch... Da unten müssen wir doch... Was? Was? Ich will aber nach oben. Nee, die Geltung. Da kommt trotzdem ein durchgekrampt. Nee, du kannst trotzdem... Ja, hast du mir gedacht, dass ich gekraut hast? Es ist kein Platz mehr, weil ich schaff das so durchzukommen. Ich hab's... Ich hab's... Ich hab's deutlich mit 10 Int. Brauchst du den? Ja. Ja, damit. Danke. Oh, oh, oh. Aber warte mal. Bam ins Gesicht, Alter. Ich hoffe doch, dass die im Diablo 3 PvP-Modus doch noch 4er-Gruppen erlauben. Sind 4er-Gruppen nicht erlaubt, oder was? Nein, nur 3. 3er-Gruppen. Pfff. Also, bis jetzt. Also, kann sich ja noch ändern, aber... Ja, trotzdem, ja, besser 4er-Gruppen. Das ist ein bisschen weird, wenn man cobt, so viel man kann. Naja. Wenn man es wird. Vielleicht wird das auch ja später eingeführt, wie bei Starcraft, mit den 4er-Ligen und so. Wer weiß, wer weiß. Warte mal kurz, bitte. Hallo, Leute. Warten. Meine Güte. Ja, bis hierher haben wir sowieso erforscht. Oh, Gold. Ah. Neu. Neu. Habt ihr es bald. Ja, ich warte. Achso. Ja, hinterher. Ja, ich warte. Fail. Und hör auf, meine Skills zu machen. Ich war zuerst da. Boah, ich bin ein geil neun Skillmann. Kannst jetzt einen von vorne in die Popper zu ballern, oder wie? Genau. So einmal um den rum. Nein, du hast die Folterinstrumente kaputt gemacht. Ich mach alle kaputt. Ich mach alle kaputt. Nein, der Chef drückt ihn drauf. Boom. Was? Fertigkeiten Kategorie. Oh, neue. Oh, zu Klonschlag. Ja, der ist voll lame irgendwie. Echt? Ja. Mach ihn halt mal. Das zaube Gegner in so'n kleinen Bereich zu dir. Da sind sie schon praktisch bei dir. Das ist halt logisch. Warte mal. Warte mal kurz. Ja, ja, wohl. Warte mal. Ich will meinen Heilskill. Hab ich ne Runde. Oh, geil. Jetzt, mein Heilsauber macht jetzt Schaden. Was? Ach, ich hab ne magische Armbrust, wenn du willst. 18,7 Schaden, aber Zweihand. Ne, brauch ich nicht. Ich nehm nur noch eine Hand. Äh, ich hab ne Einhand. Kannst dir mal angucken. Wird wahrscheinlich nicht so gut sein, aber... Äh. Was ist da? Ne. Ist net ja dein Gebrüder, bitte. Weil ich brauch die Metz. Ich hab einmal ne 19,2 und einmal ne... Mein Hund weiß auch net, wohin er soll. Ich hör's. Zock, ja, aber du bist viel. Tu, was nützlich ist in deinem Leben. Von dir krabbelt zu werden. Ich weiß nicht, ich find diese Kultisten cool. Nachdem du die ganzen Feuer... Das meinte, du gesehen hast, findest du dich cool. Das Blutvergießen. Ich habe nicht genug, Mann. Hab ich auch. Äh, wie kriegt ihr denn den Erfolg denn? Äh, tötet 25 Elite-Gegner. Ach so, hab ich ja schon. Im Coop-Modus. Ja, hab ich ja schon, Tim. Ja, ja, ja. Ja, wir haben, äh, hat Komo uns gezockt. Ja, 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 ja. Da müsst ihr sogar special Sachen bekommen, die gar nicht kommen habt. Genau, nur weil man hat Komo. Wala, 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 wala. Warte, lass mal gucken. Ah, ja, ja, tschüss. Wala, wala, wala. Ich hab die Flücher magischen. Eingangsgespendigkeit um 10% erhöht und 5% mehr Gold. Brauchst du den? Ach nee, du hast ja zwei Arme. Ja. 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 Wala, 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 wala. Boah, ja, 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 man. Ich hab keinen Leck. Ich hab keinen Leck. Das ist ja auch ein Mongore. Oh, wirklich. So, erstmal gucken. Ich muss erstmal skillen. Ich bin Deutscher. Nee. Wo hab ich denn das hin? Hä? Ach so. Nee, damit du Idealdeutsch bist, musst dir... Warte kurz. Da muss dir ein Auge fehlen. Und da hast du nur noch drei Finger an der... Welcher Hand war das? Linken, ne? LOL. Komm, kommst du mal? Ja, ich hab gesagt, ich musste skillen. Ja, du brauchst nur zum skillen, Mann. Ja, wenn ich viel freigeschaltet bekomme... Speicherpunkt. Das passiert doch nicht schon irgendwas. Ach, glaub, dahinten ist doch ein Boss. Ach, glaub, dahinten ist doch ein Boss. Den verreiterischen Hundesohn. Helft mir, ihn zu jagen. Und ich werde an euch verkaufen, anstatt an diesen Fanatik. Was? What the fuck? Ich dachte grad, was ist mit dem Bückenbass? Argon ist nicht so stark. Ach, hier... Ähm... Vielleicht kommt doch ein schöner Boss, ne? So ein kleiner. So ein kleines Baum-Ding. Wart doch halt. Meinst du, oder wen? Ja, dieses ist ein Baum-Ding da. Baum? Ne, du möchtest immer dann... Ja, irgendwann müsst ihr da kommen, weil... Kommt auch im Regen und so weiter. Weißt du, ob er es nicht später ist, kommt's? So ein Baum krieg mich nicht, ich erinnern, glaub ich. Ja, mit so auch wie nur einen Test verwendet, ne? Ich find das so cool, wenn die runterfliegen. Meister! 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 Na, warum glaubst du, ich würde etwas auf... Mit dem Satz. Oh, erlaubt doch nicht töten mitten drin. Oh, die kickt mich drum. Wie so ein Spielball. Hey, hör auf, Mann! Wer hat niemand... Er hat das jetzt wieder weggedrückt. Keiner? Hä, weggedrückt? Ja, der hat gelabert und dann... Wobei... Ja, Agnes Bennett, wahrscheinlich deswegen. Ja. Aha. Also, rein da! Ich bin da alleine. Ich bin Ursula, einst Gemahlin meines geliebten Leorix. Meine Diener und ich wurden Opfer seines Wahnsinns. Okay. Nun gebe ich euch meinen Segenheld, um mein Gefolge von seinem ewigen Leid zu erlösen. Kannst du deinen Kopf nicht aufsetzen oder wie soll ich zu dem so provokanter... Vor allem, guck mal, wir müssen hier einen Shit machen, ne? Guck mal, guck mal. Gleich. Guck mal, guck mal, guck mal. Guck mal, guck mal. Wie, da hinten? Nein, weil nur so rumsteht. Wer? Mein Vetter! Nein! Meiner! 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 Ja, wir müssen Shit machen, hallo! Achso. Ja, jetzt erst, mein Gott. Dann haut's rein! Wir sehen uns beim nächsten Folge. Tschüss.